Hey, guten Morgen. Es geht zu 30, wir fahren jetzt zum Hafen. Und dann? Schlag ich noch nicht. Nein? Nein. Ja, ich bin Französisch. Hey, ich bin auf der Straße. Every single day. Ich liebe meine occupation. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, wir haben uns gefragt, ob wir unser Roller parken könnten. Genau in dem Moment, wo wir das gedacht haben, hat uns einer reingewunken und für viel zu spart. Ein Euro. Ein Euro für den ganzen Tag, also bis heute Abend. Ja. Ziemlich günstig. Und hier sind wir wieder. Papaya, Schriftzug. Hier ist direkt der Eingang. Das zahlen wir 60 Watt pro Kopf. Pro Kopf? Nein, 30 pro Kopf. Pro Kopf. Nur für hinten, ja? Ja. Handfahrt. Ich denke so. Na, hier ist die Reinfahrt. Ich bin nervös. Anger. So, die Karte? Ja. Ja. Aber es sind schon viele Wölte da. Perfekt. Ja. Ich gehe jetzt zu spät. Daniela. Hallo. Ich bin lange nicht mehr so ein Ding gefahren. Das letzte Mal, wo ich es gefahren bin, wird nicht schlecht. Also es geht auf jeden Fall auch da hoch. Ja. 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 Ich bin jönlich. Musik 40 Minuten später sind wir auf der anderen Seite Wir sind gerade angekommen Und wir sind wie Reptilien auf uns aufgegangen Ich glaube 20 Leute haben uns in einer Minute gefragt, ob wir Roller lieben wollen Wir sind noch nicht mal angekommen und schon kamen sie Aber wir haben auch gesunde Beine und laufen jetzt Das sind so eine 20 Minuten Wege So ist es So ist es Oh mein Gott Oh mein Gott Oh der freut sich Oh Mann Oh mein Gott Oh der will, der freut sich Und tschüss Oh der will, der will Komm mal her Savadika Hi Hi Bist du unser neuer Freund? Ähm Also das ist ein Zimmer Okay Schon cool Cool Hallo Sound Hi du Aber man hört schon die Wellen Guck mal hier Guck mal hier Was ist denn das für ein Spot? Ich weiß nicht Es ist das Spottisch für hier oder was? Was ist das? Oh mein Gott Oh mein Gott Komm mal Na toll Hi du draufstecher Hi 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 Hi. Wir haben es geschafft. Wir haben Freunde. Hi. Ja, hi. Wir haben Leute nicht. Wir wohnen dann später. Kein Sprache. Okay? Ivano, der Hundeflüsterer. Es geht. Und? Es ist wieder rein. Yes! Yes! Hey, faul in action hier. Ich mach kurz durch hier. Die Abkürzung nehmen oder was? Super. Hopp. Schlimm dringendrück. Easy. Schlimm dringendrück. and Wir sind jetzt hier. Guck mal da! Mama? Hi! Hi! Noch einer! Hi! Hi! Oh nein! Oh, sie sind drei! Oh, hi! Es sind drei hier! Es werden immer mehr! Gerade gehen wir nach! Kannst du noch einen? Ja! Komm! Hi! Oh Mann! Ja! 5 o'clock! 5 o'clock! Ja! 5 o'clock! Ja! Oh! Okay! Du bist jetzt hier! Ja! Du bist hier! Ich werde hier! 4.40! Okay! 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 5 o'clock! 5 o'clock! Ja! Which one is the best beach? Same, right? All? Okay! 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 7 o'clock! 1, 2 o'clock! 2, 3OD! 4, 4,8 jam! 4,7 jam! Du bist dieser�x-allenый? den sie immer haben will, aber hoffentlich schmeckt der gut, weil sonst ist die Hölle los hier Butter halt. Na ja, ist halt so, ne. Wir haben hier ein paar Sachen geholt. So ein Shredded Pork Sandwich. Kau zwei, nochmal Toast mit Shredded Pork und Mayonnaise, ab geht's. Und sie hat ihren Bananen-Muffin, wie immer. Du hast den Kurkuma-Shot nicht vergessen. Darauf kommen wir später nochmal hin. Ich hab den Schokokuchen. Das ist gefährlich. Guck mal, Blut ist. Immer mehr. Ich fahr jetzt voller. Na ja, fährst du das? Ja. Wir sind wieder hier, wo wir vorhin waren. Und wir haben Mietz Es Nils. Mietz Es Nils. Für die Hundis. Mietz Ich hab keinen Bock. Mietz Auf der Kleinen da hinten, der bekommt nicht mit. Oh mein Gott, ist auf. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow, es brennt. Es kocht noch. Kannst reinmachen, ja? Oh, es geht direkt los. Das machen wir hier hin. So, das war's jetzt. Jetzt fahren wir zurück. Sie sehen bestimmt aus wie andere Menschen. Wir haben 16.30 Uhr jetzt. Wir waren die ganze Zeit hier am Private Strand. Ja, wir waren ungefähr, wie viel? Seit zwölf, elf. Haftstunden. Also wir sind seit halb acht hier und waren am Strand seit zwölf ungefähr. Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man in Partei ist, Heimat nach Colan zu gehen. Ja. Vor allem in dieser Zeit. Aber ey. Ja, wir fahren jetzt zurück um 17.30 Uhr. Oder 17.00 Uhr ist der letzte. 17.30. Vielleicht 17.00 Uhr sogar, glaube ich. 17.30. Ja, okay. Und dann geht's nach Hause, holen wir was zu essen und dann ist der Tag auch vorüber. Schauen, ob wir uns dann später nochmal sehen. Ciao. Tschüss. Schauen, ob wir uns dann wiederholen. Untertitelung des ZDF, 2020